Na, kleine Katze, kleine Pöpi, bist du besonders schmusig? Bist du besonders schmusig? Bist du super schmusig? Bist du super schmusig? Hast du mich vermisst, kleine Pöpi? Grunzt du, ne? Grunzt du, meine kleine Katze? Magst du nicht rausgehen? Da fieselt es ein bisschen, ne? Guck mal, Hasenkind ist da vorne. Oje, super schmusig. Schmusig, kleine Katze. Oh, ho, 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 ho. Ist ja gar nicht genug. Bist du heute wie Linus, hm? Ist da ein Wagen da draußen? Ist da ein Wagen da draußen? Hasekind? Ist da draußen was los? Komm schnell rein. Ja, ja, ja. Komm, meine kleine Schreiruppe. Ja, da musst du erst mal ein Liedlein singen, ne? Ja. Brrrr. Brrrr. Wo ist Mäusi? Wo ist Mäusi? Brrrr. Brrrr. Oh nein, keine Bettelfote. Oh nein, keine Bettelfote. Ne, Schmusepüppi. Oh, jetzt muss ich geputzt werden. Jetzt störe ich, ne? Oh, Bettelfote. Bettelfotenalarm. Bettelfotenalarm. Ist der Mäusianer? Ist der auf seinem Aussichtsposten? Ist der Mäusianer auf seiner Tonne? Aber da regnet es doch gerade so ein bisschen, hm? Können wir doch gar nicht raus. Bettelfotenalarm. Kann man gar nicht anders, als ihn zu streicheln. Bettelfote. Oh nein, 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 nein. Kannst du doch nicht mit mir machen, kleiner Hase. Guck mal, jetzt ist die Püppi ganz vernachlässig. Hast du auch Bettelfote? Machst du Bettelfote? Armer Hase. Muss um streicheln betteln. Kriegt nie was zu fressen. Wird immer vernachlässigt. Du armer Hase. Du armes Hasekind. Oh ja. Ja, mein Hase, ne? Ja, mein Hase. Püppi. Guck dir das genau ab, wie so eine Bettelfote geht. Die geht nämlich ohne Kralle. Hm? Ohne Kralle. Hasekind. Alles gut. Geh raus. Regt nicht mehr ganz zu viel. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020